hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von finanzielle freiheit dank kryptowährung mit alex heute geht es um die fünf beliebtesten crypto coins ihre funktionalität und die besonderheiten der coins ja außer dem namen gibt es natürlich diverse andere gründe warum wir die verschiedenen bewerten und warum sie verschieden populär sind vorab gesagt die meisten von ihnen basieren auf einer sogenannten block chain was das seht ihr in einem anderen video von mir aber wir wollen außerhalb der block chain jetzt vor allem auch mal auf die generellen unterschiede eingehen also worin unterscheiden sich die coins generell generell unterscheiden wie viel folgt wie hoch ist die marktkapitalisierung ja wie viele transaktionen werden da tagtäglich durchgeführt durch wie viel nutzer wie viel wurde bereits erschlossen also die block size zielgruppen orientierung also spreche ich damit gewisse leute an oder eher die masse zentral oder dezentral angebot der coins auf dem markt die sind nämlich verantwortlich dafür ob es eine inflation oder deflation gibt und ja entscheidend ist dabei ob es einen festen bestand an coins gibt oder ob sie jederzeit per nachproduktion nachproduzierbar sind das also erstmal dazu wir arbeiten das jetzt stück für stück auf und beginnen möchte ich mal mit dem wort marktkapitalisierung wie wird der wert marktkapitalisierung eigentlich oder wie entsteht dieser wert und im prinzip sagt die zahl aus marktkapitalisierung sagt aus wie viele coins sind aktuell im umlauf und wie hoch ist der wert dieser coins im umlauf sind also kurz gesagt wir haben eine anzahl der coins und wir haben einen wert jedes einzelnen coins und multipliziert man das miteinander dann kommen wir auf die sogenannten marktkapitalisierung wahrscheinlich immer noch ein ticken zu hoch für den einen oder anderen deshalb hier mal ein kurzes beispiel starten wir mal mit einem screenshot von coin market cap.com hier oben rechts fliegt mal der link ein macht euch dort gern schlau oder guckt euch an welche wie eure lieblings coins gerade stehen ansonsten hier einmal neben dem namen immer die market cap zu finden also die marktkapitalisierung daneben der preis und circulating supply was die münzen umlauf bedeutet wir sehen jetzt also hier zum beispiel mal ganz krass ripple ripple hat 38 milliarden xrp auf dem markt und im verhältnis dazu eigentlich eine relativ kleine marktkapitalisierung dementsprechend haben wir also ein preis von 0,2597 dollar ja wenn also der preis steigen sollte dann müsste die marktkapitalisierung steigen das heißt also die gelder die in rippel investiert werden müssten deutlich mehr werden und die produktion von rippel darf nicht mehr steigen das bedeutet denn irgendwann wäre die nachfrage etwas größer und das angebot gleichbleibend und das führte denn das führte denn dazu führen dass der rippel kurs eben steigen kann und darauf spekulieren viele ja ansonsten seht ihr auch bei allen anderen währungen eben diese möglichkeit dass man nachzurechnen gibt es gerne einen taschenrechner ein lasst einfach die commas weg und teilt die marktkap durch die circulating supply und ihr kommt genau auf den preis alles klar nun genug jetzt gehen wir mal wirklich in die vollen und zwar geht es jetzt mal die top 5 hier mal kleiner auszug aus den möglichen coins wir werden alle irgendwann mal behandeln aber heute fangen wir mal mit den fünf an die unserer meinung nach aktuell die populärsten sind und zwar mit der nummer fünf das ist jetzt keine bewertung sondern einfach nur die aufzählung und zwar fangen wir mal an mit der mutter aller crypto coins dem bitcoin mit über 36 milliarden die größte marktkapitalisierung und die meist erforschte block chain das zeichnet sich aus indem wir eben einen größeren block size haben sprich es wurden schon mehr blöcke erschlossen ist aber auch ganz logisch weil es auch die älteste währung ist vergleichbar mit gold so könnte man fast sagen denn auch bitcoins müssen gemeint werden ich hoffe ich habe es richtig geschrieben aber es geht eben darum dass bitcoins in der regel genauso begrenzt sind wie gold gold hat einen gewissen wert weil man nur so und so viel vorkommen auf der welt findet und demnach möchten je nachdem wie viele leute gerade gold möchten steigt dann der preis gleiches gilt bei bitcoins wir haben hier zwar keine berge physisch sondern wir haben hier einfach nur maximum aber dieses maximum von 21 millionen coins die jemals rausgegeben werden was spätestens 2130 der fall sein wird es gibt einfach keine möglichkeit die nach zu produzieren das heißt das angebot wird immer das gleiche bleiben und es kann nur die nachfrage verändert werden und somit prognostizieren halt viele dass der bitcoin noch noch einige tausende euros an hürden nehmen wird bevor er denn an seinem maximum angekommen ist aber auch das wieder wilde spekulation das müsst ihr selbst entscheiden ideal für übermittlung von zahlungen oder daten dafür ist eigentlich vorgesehen und er gilt als sehr sehr sicher und dezentral das heißt keine fremde hand hält die hand drüber es gibt kein kontrolle organ in dem sinne es gibt keine behörden und es gibt vor allem keine so lange warte zeiten bei der transaktion es gibt eben nur den sender und den empfänger und drum herum einige not also einige menschen die das ganze kontrollieren und das ist dann sozusagen dezentral weil hier wirklich verschiedenste menschen auf verschiedensten kontinenten transaktionen überprüfen ohne dass sie sich irgendwie nahe stehen dementsprechend da ist es einfach das dezentralste was es gibt und das ist eigentlich der grund warum überhaupt diese konzern umkommen sind und natürlich nicht zu vergessen die größte popularität von ein konzept immer noch der bitcoin jawohl auf der nummer vier an ethereum neben dem bitcoin wohl die bekannteste währung ebenfalls auf blockchain basierend und die besonderheit hier ist wir arbeiten hier nicht nur mit transaktion beziehungsweise mit dem austausch von daten die wir verschlüsselt über die blockchain sondern wir haben hier zusätzlich noch solche sogenannten smart contracts das heißt wissenschaft der entwickler und menschen untereinander können sich jederzeit etwas zusenden in form von verträgen die man untereinander schließt um das netzwerk also in dem fall das ethere die ethereum world sozusagen voranzubringen da werden apps programmiert da werden sonstige hilfreiche dinge programmiert die uns allen dann zugänglich sind und das ist so der hintergrund von den smart contracts wenn ihr mehr dazu wissen wollte ich habe auch ein video dazu gemacht schaut mal im kanal dann findet ihr ethereum was ist das eigentlich wie funktioniert das und ja ich denke mal da wird euch geholfen ansonsten für die freie entwicklung im internet gedacht dezentral aber nicht komplett begrenzt wie bitcoin denn bitcoin war ja so geregelt dass es jedes jahr zwar gewisse bitcoins gibt und irgendwann hat man 21 millionen erreicht aber dann ist ende hier ist es so bei ethereum jedes jahr kommt 15,626 millionen neue etha auf den markt das heißt wir haben also jedes jahr wenn man so will eine erhöhung des vorkommens aber zu beginn wird das natürlich dazu führen dass häufige kursschwankungen sind und große inflationen aber mittelfristig oder vor allem auch langfristig betrachtet würde diese 15 millionen erhöhung kaum noch rein spielen wenn wir erstmal 200 millionen etha auf der welt verteilt haben würden die 15 millionen nicht mehr so schwer wiegen und irgendwann würde es kaum noch unterschieden machen und der wert der etha wird sich kaum noch verändern und das ist das ziel der sache man soll reagieren können man befürchtet bei der bei der bei bitcoin dass eventuell irgendwie die begrenzung irgendwann mal zu ein problem werden kann hier ist man davor vorgebeugt und hat gesagt okay wir haben zwar auch ein ähnliches prinzip aber wir hören nicht ganz auf wir haben immer noch die chance eben nach zu produzieren falls aus irgendeinem grund das angebot steigen muss und gehandelt wird bei ethereum in der regel in etha beziehungsweise in gas ein großes potenzial für unternehmen und entwickler und damit sind wir auch schon bei dash bei der bei der nummer drei bei dash dash ist ursprünglich da kann man habt ihr vielleicht schon mal gehört weil beide basieren also sprich der schon da kommt ist ein und dasselbe und basiert auf dem sogenannten bitcoin code der bitcoin code ist also das woraus die blockchain entstanden ist und der funktioniert eins zu eins ganz genauso das einzige der schad noch eine erweiterung und zwar hat der es noch einen sogenannten oder eine sogenannte trustless mixing service protokoll ebene fragt mich jetzt nicht nach technischen details ich habe keine ahnung wie das genau programmiert wird aber ich weiß eins dass es dadurch noch anonymer ist und das ist der grund warum sehr sehr viele menschen die vielleicht irgendwelche gründe haben warum sie besonders anonym sein wollen eben gerade der schnutzen um das durchzuführen dieses protokoll ist noch besser verschlüsselt und das ist ein mehrwert bei der stelle auch so gefragt ja auch hier ähnliches prinzip wie beim bitcoin keine 21 millionen sondern hier sind es maximal 19 millionen dash coins auch hier wieder komplett dezentral und warum sage ich eigentlich noch die ganze zeit dezentrale irgendwie sind doch alle dezentral aber jetzt kommen wir mal zu dem genauen gegenstück und zwar zu ripple beziehungsweise ripple xrp eigentlich war ripple ein währungsneutrales netzwerk also dafür war es gedacht doch irgendwann hat man überlegt okay man kann doch daraus eigentlich eine eigene währung kreieren und so fängt es an aus der reihe zu tanzen aus einem ursprünglichen netzwerk das währungsneutral sein sollte wurde plötzlich ein handelsplatz und ein zahlungsnetzwerk und dieses zahlungsnetzwerk hatte eine währung mit dem es gehandelt hat ja mit dem es gehandelt hat und diese währung hieß nicht ripple sondern xrp deshalb seht ihr auch immer den namen ripple xrp ripple ist eigentlich ein zusammenschluss auf zwei verschiedenen dingen aber heute natürlich ripple der name und wir wissen alle was wir meinen wir sagen ripple meinen aber xrp denn die werden gehandelt ja ripple ist im vergleich zu allen anderen zentral denn es ist nicht so dezentral dass es über eine blockchain funktioniert wie die anderen modelle sondern ripple funktioniert ich blende es mal vorweg ein basiert auf einer sogenannten open source technology ist so ähnlich wie die blockchain allerdings ist sie viel mehr von menschlicher hand gesteuert und kann auch von menschlicher hand kontrolliert werden und das ist der grund warum eigentlich ripple xrp überhaupt nicht ins konzept von den ganzen crypto coins passt dennoch wird xrp als crypto coin gewertet und deshalb finden wir ripple immer in den rankings ja dementsprechend weil es eben nicht ganz ohne irgendwelche händel über dem kopf da funktioniert haben wir eben dementsprechend die möglichkeit dass es jederzeit nachproduziert werden kann und das hat zur folge dass nicht nur jetzt schon fast 40 milliarden ripple unterwegs sind sondern das wahrscheinlich noch deutlich mehr in zukunft folgen können folgen werden und das heißt wir haben in zukunft immer die möglichkeit dass von einem auf den anderen tag der wert von ripple xrp jederzeit verändert werden kann und eigentlich ist es nichts anderes als geld ja und das ist wohl auch der grund warum es die währung der banken genannt wird denn aktuell 15 von 50 top banken auf der welt bereits ripple in ihrem portfolio bieten es aktiv an beziehungsweise bauen gerade technologien oder oder vertriebe darauf auf dass das eben massentauglich wird gut und das letzte freude ist eigentlich ja auch meiner meinung nach eine schöne geschichte und zwar der litecoin litecoin ist eigentlich genauso alt wie der bitcoin ein ticken jünger vielleicht aber es funktioniert eins zu eins genau wie der bitcoin und die blockchain nur hier ist es so bitcoin muss ja komplett gemeint werden und das dauert sehr sehr lange und da braucht man ganze rechenzentren mittlerweile hier ist der fokus nicht ganz so auf das komplizierte mining ausgelegt sondern mehr damit ja dass man schneller an die mining an die light coins kommt das heißt man kann mehr umlauf bringen man kann besser damit handeln und somit ist mining zwar auch hier unabdingbar allerdings viel viel schneller blöcke werden viermal so schnell erzeugt und dementsprechend durch das schnellere mine wird eben besser in die bevölkerung gebracht werden und umlauf gebracht deshalb ist leitcoin auch bekannt als das silber der kryptos wenn wir bitcoin mal als synonym für gold nehmen dann wäre leitcoin das silber das heißt ein sehr eine sehr bekannte währung die auch sehr viel genutzt wird hat auch eine gute marktkapitalisierung aber wir haben eben deutlich mehr davon auf dem markt ja okay also hier ist die begrenzung auf 84 millionen insgesamt das heißt also einfach mal fast viermal so viel oder genau viermal so viel wie der bitcoin das macht es eben dementsprechend auch viermal nur viermal so wertig und das ist der grund warum das hier gold und silber nennen ja freunde das war es vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gebt mir einen daumen nach oben abonniert den kanal oder fragt mich gerne fragen jeglicher art in kommentarfeld ansonsten bleiben mir glaube ich nur ein zu sagen ich wünsche euch einen richtig geilen abend und bis dann